Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es bei mir einen Snack und zwar einen gesunden, veganen, vegetarischen, proteinreichen Snack, der sich sehr gut zum Fernsehabend, Filmabend, Kinoabend eignet. Ja, wenn es da spannend wird, da brauche ich immer irgendetwas, was ich mir dann in den Mund schaufeln kann. Die sind so knusprig und das ist wirklich eine richtig gesunde Alternative zu Chips, Flips und Co. Und die sind einfach zu machen und wenn ihr die probiert habt, ich glaube, ihr wollt die auch immer essen. Also ich freue mich drauf, wenn ich es euch zeige und schaut mir einfach zu. Bis gleich! Für die gerösteten Kichererbsen nehme ich immer diese Kichererbsen aus dem Glas. Die sind schon vorgekocht und da erspart man sich auch einen Arbeitsgang. Man muss sie nicht mehr kochen. Die spüle ich dann unter klarem Wasser gut ab und gebe sie dann in eine Schüssel zum Abtropfen. Anschließend kommen sie dann auf einen Küchenkrepp und werden richtig schön abgetrocknet, damit sie auch knusprig werden. Dann lasse ich sie so ungefähr immer eine halbe Stunde nochmal stehen und damit sie richtig durchtrocknen können, damit sie auch keine Feuchtigkeit mehr haben und richtig schön knusprig werden. Würzen kann man sie dann ganz nach eigenem Geschmack. Ich nehme da immer einen Teelöffel Paprikapulver und einen halben Teelöffel Chilipulver, Salz einen halben Teelöffel und wer möchte, nimmt noch gerne etwas Knoblauch dazu. Also Knoblauchpulver. Jetzt wird alles gut vermischt, damit sich die Gewürze so richtig schön um die Kichererbsen legen. Dann kommen 8 Esslöffel Rapsöl oder Olivenöl dazu. Spart nicht allzu sehr mit dem Öl, weil auch dann werden sie richtig schön knusprig. Wenn euch mein Video gefällt, dann freue ich mich natürlich sehr über ein Abo und vielleicht drückt ihr ja sogar die Glocke, dann verpasst ihr keines meiner Videos mehr. Dafür bedanke ich mich natürlich schon ganz herzlich im Voraus bei euch. Ihr könnt natürlich auch eine mediterrane Gewürzmischung nehmen mit getrockneten Kräutern und es gibt auch noch eine asiatische Gewürzmischung mit Currypulver und mit Sternanis und das schreibe ich euch dann auch nochmal unten in die Beschreibung. So einfach kann man einen gesunden Snacks selber machen und muss dann nicht zu diesen fettigen Chips und Flips zurückgreifen. Die fertigen Kichererbsen, die gerösteten, die schmecken echt sehr lecker. Und sie schmecken fast noch besser wie Chips, Flips und Co. Und sie sind vegan, vegetarisch und sehr sehr gesund und genau richtig für den spannenden Filmabend oder einfach mal den Snack für zwischendurch. Gebt nun die Kichererbsen, die Gewürzen, auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech und verteilt sie schön, damit sie ja in einer Lage dann auf dem Backblech liegen. Und wie ihr seht, also es macht wirklich überhaupt keine Arbeit und das Ergebnis, die sind so knusprig und würzig. Also ich freue mich schon riesig drauf, wenn die fertig sind. Jetzt kommen die Kichererbsen in den vorgeheizten Backofen und zwar bei Umluft auf 200 Grad. Da bleiben sie dann für 20 bis 30 Minuten. Da müsst ihr gucken, wie knusprig die sind und schaut mal, wenn die fertig sind. Und die knacken. Einer nach dem anderen. Also es hat nicht lange gedauert und sie waren weg und ich werde bestimmt gleich wieder neue machen müssen. Macht's bitte unbedingt nach. Also es schmeckt fantastisch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.